Was ist das für mich tragendste Grund, Musiker zu sein, ist, dass man sich in einer Welt bewegt, wo man viele Dinge nicht erklären kann. Es hat so viel mit Inspiration, mit Eingebung zu tun, mit dem Moment zu tun, mit Sachen, die man nicht angreifen kann. Und das ist einfach, finde ich, das Größte. Es gibt Konzertauftritte, die in irgendeiner Form so gelungen sind oder so verlaufen sind, dass ich das Gefühl habe, genau so kommt es nie wieder. Es gibt einfach so Momente, die ragen heraus und die sind für mich nicht wiederholbar. Und das macht es auch irgendwo ganz froh. Die Lebensaufgabe, die man als Musiker hat, ist für mich jetzt ganz persönlich, dass das Publikum über ihren Alltag hinausgehoben wird. Dass es hier zu Erfahrungen kommt, die nicht üblich sind, die man vielleicht gar nicht erwartet. Auf diese Art und Weise wird der Zuhörer beschenkt und wenn wir oder wenn ich als Musiker dieses Geschenk überreichen darf, dann habe ich eigentlich mein berufliches Ziel erreicht. Zuhörer beschenkt. 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 Also eines der wertvollsten Punkte beim Spielen an sich ist, dass es nur einen Augenblick gibt, wo man dieses Werk spielt. Das heißt, es ist auch da wieder vergänglich und das Schönste daran ist, es mit vielen Leuten, also mit dem Publikum teilen zu können und da auch direkt im Konzert eine Reaktion und auch Emotionen mitzubekommen. Untertitelung. BR 2018